Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Blood Rain. Ich kommentiere mal wieder nach, weil ich G das Mikrofon ausgeschaltet habe. Und ich joine auf dem Server ist bereits Millenium HD. Ja und er fragt halt ob wir halt fighten wollen. Und in der Folge bereite ich mich halt so ein bisschen darauf vor. Und dann kommt es auch zum Fight. Aber beim Fight habe ich dann auch endlich Ton. Das heißt, ich werde das jetzt nicht großartig kommentieren. Weil ich sehe einfach da keinen Sinn. Weil ich einfach durch die Gegend laufe und Zuckerrohr und Leder farme. Weil ich das brauche für ein Buch, für einen Verzauberungstisch. Weil er hat Verzauberung. Was ich auch definitiv wusste. Und ja, wer keine Verzauberung hat, war gearscht. Und deswegen habe ich mich am Ende noch darum gekümmert. Er hat... Ja. Wir haben dann einfach auch gekämpft. Und ja, schaut einfach das Video zu Ende. Dann wisst ihr auch, wie es ausgegangen ist. Und ciao! Ja! oul! Das war's für heute. 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 So, ich hoffe. Das war's für heute. Hello, hey, 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 hey. Okay, hey, 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 hey Du kannst nicht in Ronnen Bienen ues H grundsätzlich. r^^ lol tschüss alter ich verpiss mich ich verpiss mich lol ich dachte scharf 3 wäre schon stark ich muss aber diskonnecten weil die folge gleich vorbei ist fach 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 man er hatte so ein gutes schwert egal leute ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wenn ja lasst einfach eine kleine Bewertung da wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt lasst ein Abo da Leute das war es mit Bloodrain ich bin leider gestorben und ja es war mein erster Feindkontakt und es war auch mein letzter er hat aber wirklich auf fair gemacht und ja ich hab wahrscheinlich auch überzogen und ja gut Leute sag ich einfach mal ciao